Herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge The Vision mit dem Fun-Gamer. Grüß euch. Schick ich mal meine neu ausgerüstete Minilus. Oh. Mit Brand. Ist das so Flächenbrand? Ja. Alles gut. Die... Es gibt auch noch eine... Also wahrscheinlich ist die andere noch effektiver. Es gibt eine mit Gas. Die geht von einer Mann zum anderen. Okay. Und dort Gas verspulen. Die habe ich aber noch nicht getestet. Aber die ist schon mal geschmeidig. Die mit Gas ist noch mal eine Stufe höher wahrscheinlich. So. Aber das ist schon mal ein netter Leben-Effekt. Ja, jetzt können wir reingehen, weil du bist ausgerüstet. Yes. Jetzt schon. Oh, wer soll er suchen? Variante handeln. Alarm. Katamination scan eingeleitet. Katamination scan eingeleitet. Oh shit. Da müssen wir suchen jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ah. Wir haben aber eine Meta-Anzeige, gell? Das ist da worauf. 9, 8, 7, 6. Genau in die andere Richtung. Haban. Meta-Anzeige aber stimmt nicht. Und da habe ich auch noch still an 26 Meter. Terminations-Scale eingeleitet, eingeleitet. Hab ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Du musst auf das Piepsen hören. Ich renne in Richtung von einem. Warte, ich höre da auch Angst. Ja, meinst du. Die Scherzen, wo ist das? Zehn? Das mit dem Meter stimmt nicht. Hopp! Ah, servus. So, damit ich auch mal was mach. Das war's? Das war's? Geiler. Ohne eine Kugel. So. Dann da unten? Dann gleich zum Blauen, oder? Ja. Gleich zum Blauen. Gleich zum Blau meißen. Weiter. Ja. Ich bin immer noch hängen geblieben. Ah, was? Was sind die zwischen zwei Leinwandwehr, wenn man mit Fahrzeugen noch fahren könnte? Ja. Aber da muss die Map über größer werden. Für ist die Karte zugang, glaub ich. Für Fahrzeuge. Das ist so, wie ich nicht verstanden hab. Ähm, Red Dead Redemption 2. Die Karte. Mhm. Es soll größer als die von GTA 5. Es soll die größte Rockstar Games Map werden, ne? Und dann schreiben manche. Das ist ja gar nicht so groß. Ich fahre mit dem Auto bis dorthin. Also von da bis dahin so lang. Und ich denk mal, ja. Mit dem Auto. Aber du hast ja noch ein Pferd oder eine Kutsche. So schnell kannst du ja gar nicht ganz ran. Stimmt. Von der her ist das natürlich dann riesig. Oder wenn es zu Fuß, sag ich, abgehst. So, davon. Was hab ich bei Assassin's Creed schon nicht leiden können? Bei der ersten. Ja, das stimmt. Schüsse. Schüsse. Parkhaus in der 20. East. JTF-Patrouille meldet Kämse mit den Rikers. Wir bauen Hilder. So, I take my friend with me. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich effektiv ist, aber... Ist ja schon. Ohne sie, wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell, JTF. Bravo! Bedeh an sich! Bedeh an sich! Komm mal vor! Komm noch mehr! Wollte nicht zur Ruhe kommen! Wollte nicht! Wollte nicht! Wollte nicht! Und da f掉! Oh, dahint uns dahint uns! Und ich habe euch gegenüber Deutschland Dir my God Soldier Redo kam. 全部 weglaufen! Aber nur ich weiß nicht nur noch, Na komm, Kuki, Kuki, Kuki. Jetzt hat er das Ziel. Puh, gut in der Z-Luftkurse. Vielleicht wenn du natürlich noch mehr auf Fertigkeit gehst, dann ist das natürlich sicher sehr effizient mit dem Brand in einer Gruppe oder auf einem Gebiet. Ja, und das gleiche gibt es mit Gas. Da gibt die Mini von einem Feind zum nächsten und du mit irgendeinem Gas einspulen. Das wird wahrscheinlich noch etwas effektiver sein. Aber ich habe nicht so cool aus, sicher. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ohne sie passiert wäre. Ja, muss eigentlich cool ausschauen, soll effizient sein. Ah, das muss cool und effizient sein. Na gut, zum Nebeneinsatz weiter. Genau. Ah, shit, jetzt habe ich den wieder abgewürgt. Ich würg die Einsätze, ich würg das immer ab, Alter. So, nachladen die 130 Munitionen. Oh, danke. Okay. Oh. Ich meine, Frau, Sie könnten mir verraten, dass seine Cleaners Kollegen eines unserer Vorratspakete klauen wollen. Wie auch immer, die dürfen die Vorräte nicht die Finger kriegen, sonst ist hier die Kacke am Dampfen. Multikill mal eins. Oh, da ist es nicht. Na, wo seid ihr Gegner, wo seid ihr Gegner? Achso, da rüber müssen wir. Trautl. Hat schon einen gefunden. Ah, die scheiß Waffe zieht hoch, bist du deppert. Dankeschön. Okay. Ah, da kommen schon welche. Ah, nein. Da kommt man nicht drüber. Doch. Ah. Ah, ich will, ich will mich drüber schützen. Oh. Ja, Weitreffen, weitreffen Jetzt habe ich nur lauter blaue Waffe quantify, manipulieren Sch鏡, Analyse Sch鏡? Sch鏡, Analyse Sch鏡! Sch鏡, Analyse Sch鏡, Analyse Sch鏡ver Empire Where did i catch? Oh yes, one will get out there Why so? There's a way Rack, that's anywhere Oh, die denn wegkommen, die denn wegkommen. Oh, die scheiß, die Wanderer. Die hat jetzt ordentlich abgenommen. Ich bin da. Was habt ihr? Komm mal irgendwie nicht. Leute, kommt einmal. Ah, jetzt kommen wir uns. Oh mein Gott, ich bin ja tot. Oh. Oh mein Gott. Ich schicke schon Hilfe. Ich glaube, das wird zum Pack. Ne, ich glaube, ich spawne einer. Dass die nicht gleich kommen sind, gell? Und hey, das Zeug in dem Paket ist fast gar nicht angekogelt. So. Freigeschalten beim, ähm, Flügel, beim, beim Techflügel, äh, nicht beim, beim... Oh, da liegt ein blauer Gegenstand. Beim Medizinflügel. Das, wenn ich das hinschmeiß, tut das automatisch wiederbeleben. Okay. Okay. Also mal schauen, wie das dann ist. In Wirklichkeit. Boah, Nebeneinsatz und Kampf nebeneinander. Oh, schon wieder abgedrückt. Oh, ich will immer ein... Oh, shit. Ich will immer nachladen. Und vergiss immer... Oh, shit. Was ist oh, shit. Wat ist auch shit. Patrolereigaufen. Komm, ist klar. Bin schon unterwegs. Wo rennst du hin? Was für Mission hast du ausgewählt? Ich bin tot. Eddie? Aber ich bin runter umgelaufen. Ich bin nicht gleich aus dem Park rausgegangen. Bin nicht quer durch den Park, sondern... So, wo liegst du? Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, so ein Rehort. Oh shit. 19, ach na. Da schleiche ich mich. Okay, wieder. Ich habe übrigens gelesen, Division 2 soll Andy 40 Spielstunden haben. Ja, dann kommt Zeo quasi mit dem ersten Teil mit. So, ich gehe da mal rauf. Oh shit. Leutnant noch zu realisieren. Bye, bye. Arm uns mal da rauf. Ohhhh. Ohhhh. Bitte? Suche nach den Vorräten. Danke. Wo bist du? Unten beim Einsatz. Ich bin auch beim Einsatz schon. Ich habe ihn schon ausgelöst. Ich glaube, da machen wir zwei unterschiedliche Einsätze jetzt. Okay. Musst du den Nachschub zurückbringen? Nein. Neutralisieren. Oh, okay. An Leutnant neutralisieren und das ist ein bisschen heftig jetzt. Also, falls ihr den offiziellen Wortlaut bevorzugt, hier ist er. Mit sofortiger Wirkung, arbeiten wir heute Division zusammen. Unsere Einsätze werden gemeinsam geführt. Wir haben gewisse Freiheiten bei der Strategie und Ode. Ohhhh. Aber die Division Agenten haben das letzte Wort, wenn es darauf ankommt. Hoffen wir, dass es nie der Fall sein wird. Ohhhh. Das ist doch scheiße. Was denn? Ich bin ums Entgang und das steht mit der Schrotflutter. Das ganze Leben weg. Oh, ich bin tot. Gut, da kann ich nicht schön aufgehen, weil du bist ja nicht hinkommen. Ohhhh. Das Laion machen zwei unterschiedliche Missionen. Zeit gespart. Ja, genau. So geht's auch voran. Oh, der ist heftig. Scheiße, überhaupt wenn ich mich selber in Brand stecke. Oh, fuck, Alter. Ist das heftig. Ich weiß, das ist eh noch ein 16er, Alter. Also der mal. An habe ich schon, aber mir fällt dann noch an. Suck it, bitches. Wenn sie mir in der Büsche richtig wehtun wollen, vernehmen sie. Ohhhh. Hat er mehr Leben gehabt als ich. Ja, Leute. Ah, das ist ganz oben im Parkhaus. Die eine Mission könnt ihr beim Ending sehen, die andere bei mir. Warte, wo ist der jetzt? Mach mir Angst jetzt, Alter. Wo ist der jetzt hin? Ah, der ist unten bei mir. Ah, der ist unten bei mir. Ja. Na, bin ich da. Ich mach noch meine Mission. Oh mein Gott, aber der kämpft gegen mich jetzt. Aber du kannst oben bleiben, ich komm gleich rauf zu dir. Hab die Mission gleich rauf zu dir. Ja. Hast du den jetzt neutralisiert oder war ich das mit der Brandgranate? Nein. Der Leutnant, der Erste. Weiß ich nicht. Aufpassen! Ich werfe Sie! Ah, das muss ich nicht mehr dann holen. Später. Oh mein Gott. Ich hab's gar geschafft. Gumm, ich hab's gar geschafft. So. Fuck justice, we want revenge. Hab's? Und da muss man rauf irgendwo? Ich bringe diese Medikament hier in die Tür. Dann lass es gleich raus. Danke. Okay, aufgepasst. Hört mal zu. Ich bekomme eine Menge Fragen zu dieser Direct Assisted One und den Leuten mit den orangenen Armbanduhren und dem ganzen Armbandkreis, der hier abgeht und von denen keiner weiß, was das heißt. Oh. Also heute ist euer Glückstag. Ich gebe... Ah. Ist es zu glauben, dass dieser Big G, ein Großkotz wie er im Buche steht, überall rum posaunt, dass er der Boss in dieser Nachbarschaft wäre? Mein, der Schrott, der Schrott, der Schrott, der Schrott! Ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Oh. Shit. Danke. Oh. Oh, macht Spaß, Alter. Macht Spaß. Ah, der hat das zerstört jetzt. Der unten ist. Ending Blast in das Mikrofon. Pass auf, da ist aber noch einer unten. Ja. Bekommen, glaube ich, oder? Danke. Da ist aber noch wo einer. Wo ist einer? Oh, der ist ja ganz runter gegangen, aber da war einer noch. Oh, jetzt bin ich dran. Oh. 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 Oh, da machst du Spaß. Oh. Oh. Ah, geil. Ah, nice. Oh. Was? Er ist zerstört. Das ist wirklich automatisch. Er hat sich den Balken aufgeladen. Entschuldigung, beim Werfen habe ich einen Pfusch gemacht. Das war nicht schwer. Das war nicht schwer. Schwier, stopp rein. Hat er eine Granate drüber. Das war nicht schwer. Ein Kinderspiel. Zack. Oh. Schön. Jetzt haben wir ihn. Ja, das wird wieder ein bisschen eine längere Folge. Na gut, haben wir Level 20? Das heißt, Finger Nummer 10 Level. Ah, ich bin fast Level 20. Oh, shit. Oh, shit. Schieß einfach weiter. Nein. Geh rüber. Alter, wieso geht der da nicht rum? Oh, keine Ahnung. Oh, shit. Oh, shit. Huh, schön gerettet noch. Ich bin da rüber. Es geht los. Warte, wir werden runterkommen. Was da? Ich habe meinen Flammenwerfer raufgeholt. Tja. Okay. Ich bringe euch alle um. Ich werde heute nicht sterben. Schön trafen. Das ist ein Lucky Punch. Oh, warte ich geh runter. Ach. Oh, der macht Spaß. Kann ich mir da nicht runterfallen lassen? Ah nein, ich hab's eh nicht platziert. Gut, ich höre es darauf. Geht schon. Okay. Danke. Nein, nein. Geht sich aus, geht sich aus, geht sich aus. Oh. Danke. Pass auf. Das war jetzt so knapp bevor du zerstörst. Hast du deine Mine? Bevor du deine Mine? Warte noch. Warte, siehst du jetzt nicht aktiv. Lade es gerade nach. Wie lange noch? Treff wieder voll. Okay, wenn voll ist laden wir nach und stürmen den. Okay. Ich werde heute nicht sterben. Ohohohoho. Voll. Gleich. 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 Jetzt voll. Ausgeschickt. Na, machst du Spaß? Aus. Alter, wieso geht sie nicht zu dem? Komm. Ah, weil der oben steht. Der steht da oben, darum kann die Mine nicht erreichen. Okay. Deine Mine kann da nicht drauf? Nein. Warte, sie hat sie gekippt. Das ist erst die letzte Ausbaustufe, dass sie über kleine Vorsprünge kann. Achso. So. So, und dann haben wir... Ja. 20. Aufgestiegen. Passt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hier bin ich in der Folge. Bis dann noch rein. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.